Wir haben jetzt hier gerade noch zufälligerweise das Haus von Stani getroffen. Wir können ja mal kurz anklopfen, ob er auch zu Hause ist. Stani, bist du zu Hause? Hey, was willst du? Ich hab zu tun. Jetzt komm mal raus, ey. Wir müssen jetzt noch weitermachen. Mann, ich bin gerade noch in der Aufnahme, Bro. Nervt mir jetzt nicht. Okay, mach halt noch kurz dein Video fertig, Leute. Ey, Leute, deswegen. Man sollte nie bei YouTubern zu Hause vorbeikommen. Die mögen das gar nicht. Wir gehen jetzt weiter, Leute.